Der letzte Neuner ist der Raks Aksai, und zwar 5 plus 4. Jetzt zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1. Basel-Durchstuhl. DUM-TECH, 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 1. Ok, auf geht's, spielen wir ihn. Zuerst den 5er, und zwar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Das im Loop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Jetzt kann man vor diese Takedemifiko, einen kleinen Vorschlag machen. Klingt eleganter. Probieren wir es mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 ist Pause. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Das beide zusammen. 5er plus 4er. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Machen wir den mal eine weitere im Loop, ja? Das Sinister 1. Okay. Als Break nehmen wir wieder unsere Originalvariante, war Ta-kita-to-kita-ta-kita-ta-kita-ta-ki-ta und wir spielen Ta-dim-ding-ku-ta-dim-ding-ku-ta-ki-ta Also Ta-dim-ding-ku-ta-dim-ding-ku-ta-ki-ta-1 Ta-dim-ding-ku-ta-dim-ding-ku-ta-ki-ta-1 Ta-dim-ding-ku-ta-dim-ku-ta-ki-ta Du-m-dei-ka-di-AAAA-ki-ti-da-ki-ta-ki-ta Ta-dim-ding-ku-ta-들 voice Die Schlußfigur, ja? Ta-dim-ding-ku-ta-dim-ku-ta-ki-ta-kita Achtung! Und... Viel Spaß!